Arnulf Reiner, die schwarze Übermalung, kann ich hier beginnen bei 120.000, 130.000 Euro bereits. 130.000, 130.000, 140.000 waren hier zuerst, 150.000, 160.000 übers Internet, 160.000, 170.000, 180.000 übers Internet, 220.000, 220.000 sind hier geboten, jemand mehr als 240.000, 240.000, 260.000, 280.000, 320.000, 340.000, 360.000, 380.000 und 400.000, hier geboten. Und 420.000 übers Internet, 420.000 sind hier geboten und 440.000 und 460.000 und 480.000 und 500.000 und 520.000 und 540.000 und 560.000 und 580.000, 590.000. 600.000 Euro zum zweiten und 600.000 letzte Möglichkeit zum dritten. Auch das ein neuer Weltrekord. Auch das ist 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 ein neuer Weltrekord. Untertitelung des ZDF, 2020